Jesus, dass ich dich verstehe, dann würde ich mich doller wundern, weil noch ein Jahr, wo es tof ist, manche Oelkönische Kirchen. Aber wo noch einmal tof ist, sind alle Kirchen da. Und dann ist die Oelkönische, sozusagen, erregt. Erglauben, wo auf einmal so gebeten haben, so jämmerlich sei, stark abgewachsen, dass sie dann ganz verbrechen, dass sie dann üt, dass sie dann dort. Was nutzt das dann, wenn er sich tüß nach ihren Stäulen anträgt? Was nutzt das dann auch, wenn der Raum vorne sei, dort nicht, dort nicht, dort nicht, dort nicht, hier kieke ich mal durch, kieke ich mal dort, jaff auch der Älteste und die Prediasch. Und auch nicht heute. Du willst, wo du die Ängsten, du willst, wo du angekommen? Halleluja. Du hast gesagt, du wolltest dich nach Fermi bringen. Und du hast ehrenntet gewesen, dass du mich geliebt hast. Aber weil wo das immer so war, du bist ja bloß live. Lieb mir da auch. Ich habe ehrenntet alles versägt. Und ich dachte, dass du die göttlose Menschen gebrückt hast, um mich durchbringen, was ich nicht sehen wollte. Das ist so schön. Du bist live. Und ich weiß, dass du meinst, dass du gut mit erinnert. Und ich bitte die alle einfach und für sie erinnert all erbeisert, dass sie bloß die alle Kinder nur ihren Vater da und da und du sind und bekannt und bringen keinem und nicht nur sind nur die lebe Jesus. Aber ich weiß zum Teil auch nicht besser. Aber wie sie immer gesagt haben, wir wollen dort versäumen, was unsere Eltern, unsere Veräldern uns geliebt haben. Du hättest eine Fällung, wo die sagen, dass in Jeremia sie und eventuell verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Woher nicht nur die Bibel gehen und die Bibel uns zu sagen hat, sondern nur dort gehen. Aber wir sind gefesselt. Eine Blindheit. Woher kommt man dorthin? Nach von unseren Verfolgern in Russland. Dann versprüfen sie nicht, dass sie nicht mit der Zahl rüht mit dem Evangelium. Halleluja. Woher wir uns über sie versendet? Und du bist dann immer noch gnädig. Nur wirst du uns noch mit einem Gott sein, wir sind da gnädig. Mit einem die anrauben. Und diese Distanz wirst du uns noch den euren Himmel schenken. Jesus, du bist über Seier, Seiergott. Gott, ich danke dir, für das du dienen Sehen, Jesus Christus, gegeben hast. Und schenk uns Glauben, dass wir die Warnchen, alle taubt. Der älteste von den Predigt, wo jetzt auch bloß so rassistisch sind. Wer nicht so eine Bexel haben, wer nicht so einen Trektor haben, wer nicht so und so haben, das ist all verloren. Lied du uns noch, wo du erst verloren hast.